Der Schwede ist auch ein bisschen doof hier, oder? Boah, Alter. Aber was wollte ich gerade machen? Ich hab ja auch keine Ahnung. Das löst's. Ich muss sagen, ich kann dir das morgen machen. Wie viele Leute warten wir jetzt zur Löhne, ja. Ja, was macht er denn da? Ey, das hat ja Probleme der Typ, man. Wirklich, ey, also. Komm, müssen wir mal reporten, der blockt ja extra. Ja, die Auffahrt ist geblockt. Der Typ heißt Jorge X-Gott, also Jorge. Jorge X-Gott. Alter. Wenn wir uns hier auf der Wiese überholen können, dann. Ich würd's machen. Ja. Okay, hab ihn, hab ihn ge-reportet. Welche Richtung seien ich mir gefahren? Ich hab mich verloren. Richtung Hamburg oder Richtung Berlin? Richtung Navi. Sollte doch essen. Wirst du das ändern? Er hat ja auch ein Geschmack-Fehler stellen. Richtung Berlin, ne? Wie heißt der denn da steht? X-Gott oder was? Jorge X-Gott. Der steht jetzt mit dem Weg. Ja, der steht jetzt extra quer auf die Aufwand gestellt. Der ist ja auch ein Geschmack-Fehler. Der ist ja auch ein Geschmack-Fehler. Der ist ja auch ein Geschmack-Fehler. Warte mal gegen die Typen. Die gehen wir weg. Würde ich nicht machen. Und das hat eigentlich passiert. Ah, das Spiel hat bereits gepflegt. Ja toll. Es hilft mir doch nichts. Kann ja mal versuchen. Kommt auch nicht weiter. Bei mir ist gerade einer reingefahren. Oh no! Man hat es nur fliegen sehen, ey. Unglaublich. Äh, ja, ich bin auch Wolfpacker. Du musst doch aus dem Sand fahren. Äh, wer fährt da rückwärts? Hey, hey, hey. Tricksie. Ach, guck mal. Jetzt fährt da was. Naja, oder die Blocken geht beide. Jetzt fährt hier Swordgang eben so eine FIFA-Struppe. Fahr mal weiter da vorne. Wir blockieren hier alles. Fahr mal weiter. Wir können denn doch nicht. Naja, was? Da ist sie jetzt auf der Autofahrt noch hier hoch, oder was? Ja, wir sind nie. Aprilian und ich sind jetzt erst in der Kurve hoch. Zur Autobahn. Dann kommt wahrscheinlich nicht mehr raus, ja. Ja. Er fährt halt einfach. 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 Ich war ein richtiger. Der war gerade in der Hauptbahn, der ist gerade weg gewesen. Mein Gott, was für Arschlöcher. Ja. Ja, er stellt sich jetzt halt nochmal quer, ne? Ja, er stellt sich jetzt halt nochmal quer, ne? Was ist das? Es ist wo und so, wo hast du drei, vier Atmen getrüstet? Wer sind das die? Das Problem. Ich kommt rentz dich. Ppass 10 mit der Lübe. Komm! Wo musst du die einfach wegschieben? Ok nein. Ja. Wie die LKW�ot haben wir mal... Der wurde weggemacht. Der Erste wurde... Henriksy ärgert mich. Der Erste wurde weggemacht. Dann ärgerst du mich. Ja, ich hab lockdown. Diese bacon. der steht schon an dir ja der steht schon fast in dir wir fahren nach italien die 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 Da kommt noch einer, Vorsicht, da kommt noch einer. Der ist sehr eilig. Lass dich mal vorbei, die Leute da. Boah, stell dich klar vor mich. Du wieder, kommt noch einer von hinten. Kommt noch einer. Ist noch einer jetzt, der nicht rumsteht? Nein. Kommt noch so einer von hinten? Wie heißt denn der, dieser Typ da? Devo. Devo. Kommt noch einer. Jawohl. Ach Gott. Kommt noch einer. Kommt noch einer. Kommt noch einer. Kommt noch einer.